So, wir fahren mal wieder Mordschleife. Beim Ferrari XX Evo Evo Genau, oben links hier ein Stabbreit und sowas. Genau, das weiß man jetzt ja mittlerweile. So, das wird ein hartes Rennen. 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 So, das ist schon mal raus. Ja, nicht weit. Wollen wir auch noch etwas in? Oh, 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 Platz scheiße. Und jetzt noch raus. 3. So schnell hinter mir. Ist ja sowieso nicht überrollen. Oh, du dumme Sau. Oh, du dumme Sau, du. Mit einem Erfolge-Teknall. Zu welchen Autos hier. Wo habe ich noch das andere Nordschleife? Ich gehe bloß raus. Naja. Ist ja richtig passiger. Echt? Der auch wieder. Das wäre mir jetzt ja keine Frage. Ja. 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 Ja, das ist ja nicht so gut. Aber man kann den überall überrollen. Könnte ja. Kann man nämlich passen. Irgends. Wo die Autoschleife. Außer wenn er für Dödinger Höhefalt war. Die Strecke. Nein. Nein. Jetzt ist es nicht. Wenn man ganz hinterher an die Füße ist, wird man schon ganz gut machen. Das musste ja vor mir sein, wenn ich mich jetzt hier sehe, auf dem Kessel. Na, das wird schon angeht, ja. Ahem. 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 Ahem! 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 Ahem- Ahem! Weg von Benze! So gut sieht das aus. So wiederbekommen. Jetzt müssen wir wiederbekommen. Eiskurme. Das soll eigentlich Zweiter sein. So, ich weiß nicht, ich bin auch in die Luftgeistung an. Ich weiß nicht. Wo ist das? Kannst du den 2? Kannst du den 2 jetzt? Ja, ich denke ich habe keine Höhe Ja, ich habe keine Höhe Ich denke ich habe keine Höhe Herr Hau? Ich denke jetzt Ich bin 2 jetzt Oh, du hast auch das hier. Oh, du hast auch das hier. Oh, du hast das. Da meine lieben Freunde, wie ihr seht, ist Robin Rutter Puhle-Fahrer. Lautstreifen ist meine Ausstrecke. Finde ich auswendig. Ja, wenn dann kein Auto ist. Sprecher? Ja, stop. Sprecher? Sprecher? Ja, stop. Ich frage mich, wo die anderen zwei nochmal bleiben. So, ich schaue mich. Ich dachte, ich bin schon von den Freien gefahren. Das ist immer gar nicht mehr. Ich werde ja noch ein paar Kinder gehabt. Nachdenken. Aber das ist ein paar andere. Na die Leute zu holen. Das ist ein paar Kinder. Kannst du dich rein? Ich kann es nicht mehr so sagen. Ich kann es nicht mehr so sagen. Ich kann es nicht mehr so sagen. Ah, das ist gut. Oh scheiße, jetzt ist doch da hinter mir noch einer! Oh scheiße, ist doch da hinter mir auch noch einer! Zoll! Ja! Scheiße! 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 Oh nein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, das ist sicher, meine lieben Freunde, ich bin der Gast, ja das ist auch hoch, der Kanal bei der Regale brennt. Oh mein Gott, das war's. Ja, voll. 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 Ich hab' ein Gegner, nicht so stark. Du musst ja voll, wenn ich was sagen darf, was die Leute sind. Ja, aber ein schönes Rennen. Ich finde, der schiebt über die vorneachse ständig. Nö. Wenn du dann doch einen Tick zu viel Gas gibst, weil du denkst, du bist ja nur zu sehr schieben, dann gibt man halt ein bisschen mehr Gas. Ja, dann dreht's ihn gleich hinten weg. Ja, Gas erst außerhalb, also beim reinfahren in die Kurve, sondern beim rausfahren. Rausfahren kannst du auch latschen. Ja, also ich hab mich übersteuern, keine Probleme. Ne, untersteuern. Na, ist ja auch geil. Jo. Dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.